Hallo und herzlich willkommen zu Nordblendkurs, mein Name ist Knorke, ich freue mich das dabei. Bis in der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass wir weder Bänke noch Mülleimer in dem Themenbereich haben, beziehungsweise haben wir, wir haben nämlich hier Bänke und Mülleimer und wir haben hier in der Fresh Mall haben wir nämlich auch jede Menge Sitzmöglichkeiten und Mülleimer sind da auch platziert, aber in dem ganzen anderen Themenbereich, also überall hier auf den Wegen fehlen natürlich Bänke, Mülleimer und die werden wir jetzt gleich umgehend platzieren und ich habe mich für diese Bänke entschieden und auch für diese Mülleimer, heißt wir werden jetzt die ganze Folge damit verbringen, Mülleimer und Bänke zu platzieren. Also viel Spaß in der Timelapse und ich melde mich nachher nach der Timelapse natürlich noch mal zu Wort. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Untertitelung. BR 2018 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 So, willkommen zurück. Und wie du gesehen hast, bin ich super schnell durchgekommen mit den Bänken und Mülleimerplatzierungen. Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Platzieren wir hier auch noch ein paar Dekorationen oder nur Bäume. Da, naja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein paar Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir dann hier, naja, dekorieren und ein paar Bäume platzieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.